Moin! Ich denke viele von euch haben den Film Enola Holmes gesehen, denn er war nun eine ziemlich lange Zeit auf Platz 1 in den Netflix-Charts. Und vielleicht seid ihr dann auch auf den Trip gekommen, dass ihr euch fragt, woher diese junge Schwester von Sherlock Holmes überhaupt kommt. Denn irgendwo schlummert im Hinterkopf doch noch, dass die Schwester älter war und viel schlauer als Sherlock. Die Antworten darauf gibt's nach dem Intro. Wenn wir dem Problem mal auf den Grund gehen wollen, sollten wir doch erstmal herausfinden, woher die ganze Idee kommt. Der Film wurde nämlich nicht einfach irgendwie ausgedacht, sondern basiert auf einer Buchreihe von Nancy Springer. Natürlich wurde das Ganze dann umgeschrieben von Jack Thorne als Drehbuch, sodass das auch verfilmt werden kann unter der Regie von Harry Bradbeer. Alles in allem basiert der Film aber auf einer Buchreihe, was am Ende des Films auch erwähnt wird. Schön und gut. Aber bei Leuten, die sich in dem Sherlock-Universum etwas auskennen, sollte der Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle etwas auslösen. Um euch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, Sir Arthur Conan Doyle ist der Schriftsteller oder der Erfinder von der fiktiven Figur Sherlock Holmes. Was hat also nun Nancy Springer mit dem ganzen Sherlock-Universum zu tun? Die gute Nancy hat sich zur Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 einfach mal hingesetzt und angefangen, eine neue Romanreihe namens The Enola Holmes Mysteries zu starten. Diese Romanreihe hat sie dann mit insgesamt sechs Büchern bis zur nächsten WM 2010 beendet. Der Knackpunkt bei dieser Romanreihe war, dass es eine pastische Romanreihe beruhend auf dem Sherlock-Roman von Arthur Conan Doyle war. Pastisch? Was ist denn das jetzt schon wieder? Das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Pastisch ist so ähnlich wie die gute alte Parodie. Bei der Parodie imitiert man ja etwas und kommentiert es gleichzeitig. Zum Beispiel nehmen Leute sich Politiker vor und kritisieren diese oder machen ihre Meinung dadurch öffentlich, indem sie sie meist sarkastisch sogar imitieren. Pastisch ist jetzt einfach genau dasselbe wie eine Parodie, bloß dass das Kommentar, also die eigene Meinung, fehlt. Es ist eine 1 zu 1 Imitation, nur um die Person zu imitieren, nicht aber um die eigene Meinung dazu wiederzugeben. Und genau das hat die gute Nancy dann auch mit dem Sherlock-Universum einfach mal getan. Was sie dann aber eben auch getan hat, ist eine komplett neue fiktive Hauptfigur zu implementieren, nämlich Enola Holmes. Denn in den gesamten Büchern von Arthur Conan Doyle sind keine Aufzeichnungen zu irgendeiner Schwester von Sherlock vorhanden. Lediglich die Familie wird einmal kurz erwähnt. Schön, woher Enola kommt ist klar. Stumpf aus Nancy Springers Kopf. Bleibt aber noch die Frage nach der älteren Schwester aus der Serie Sherlock. Naja, sicher wissen schon einige, dass die Schwester auch gar nicht Enola, sondern Euros in der Serie hieß. Und nun ja, eigentlich nichts mit der Figur Enola Holmes zu tun hat. Aber genauso wenig hat sie was mit den Erzählungen von Sir Arthur Conan Doyle zu tun. Denn die Schwester spielt in der Folge Das letzte Problem in der Serie Sherlock eine Rolle. Wenn man diese Folge jedoch mit der Erzählung Das letzte Problem von Sir Arthur Conan Doyle vergleicht, fällt auf, dass Euros überhaupt keine Erwähnung findet. Das heißt, hierbei sind wir auch wieder in einer fiktiven anderen Welt, die die Erzählungen von Sir Arthur Conan Doyle nur als Basis für ihre Story nehmen. So, und damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos. Kurz gesagt kommt Enola aus Nancy Springers Kopf und hat eben überhaupt nichts mit der Serie Sherlock, obwohl sie viel älter ist, zu tun. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und trotz der längeren YouTube Pause, die ich hatte, bleibt ihr noch mit dabei. Und sonst hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Munter bleiben! Wir sehen uns beim nächsten Video! Wir sehen uns beim nächsten Video!